Trotz des Ukraine-Krieges und steigenden Energiepreisen ist die Zahl der Arbeitslosen in Spanien weiter zurückgegangen. Im Mai fanden knapp 100.000 Menschen einen Job. Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen sank damit auf 2,92 Millionen. Damit ist der Wert erstmals wieder so niedrig wie vor der Finanz- und Immobilienkrise 2008. Besonders der Dienstleistungssektor und das Baugewerbe sind im Aufwind. Zudem kommt der Tourismussektor nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder in Gang. Noch vor einem Jahr suchten mehr als 4 Millionen Menschen in Spanien eine Arbeit. Auf dem Höhepunkt der Krise im Frühjahr 2013 lag die Zahl der Jobsuchenden sogar bei 5 Millionen.